Musik Herzlich Willkommen, ich bin Roger Ornay und in unserem kleinen Musikmagazin verbinden wir heute etwas ganz Besonderes, nämlich Beruf und Berufung, sprich die Musik. Katrin Eigendorf ist nämlich Musiktherapeutin, aber natürlich auch Vollblutmusikerin. Das hören wir gleich bei der Tag A. Ich steh auf, fällt nicht schwer, gießt die Blumen, danke sehr, lieber Tag, guten Tag, schöner Tag. 28 Grad am Tag, die Sonne sie blinzelt, die Sehnsucht erscheint, der Himmel ist blau, hat heute noch nicht geweint. Oh, es riecht nach Sommer, nach Süden, nach Klippen meiner Brise, sei so saant und empfieh' ihnen. Das Leben ist heiter, dann muss ich nicht mehr weiter, der Tag ist mir, oh, 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 der Tag ist mir. Heute kann mir nichts passieren. Die Welt wird versuchen, mich verrückt zu machen, Termine und andere ohne zu Sachen zu tun, bin eben sowas von immun. Ich sing ein Lied, das es nicht gibt, verschwende meine Zeit, ich trage heute mal ein Kleid, oh, la, 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 jetzt ist es da, es ist so. Ah, es riecht nach Sommer, nach Süden, nach Klippen meiner Brise, sei so saant und empfieh' ihnen. Das Leben ist heiter, man muss sich nicht mehr weiterreißen, die verdammte Welt umkreisen. Hier ist jetzt, hier ist jetzt und jetzt ist hier, das ist mein Lebenselixier. Erlexier die Sonne, das Meer, über mir das Hüß setzt. Der Tag ist mir, 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 der Tag ist, der Tag ist, aha, der Tag ist, ah, der Tag ist, oh, la, 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 la. Der Tag ist an, der Tag ist an, der Tag ist oh la 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 la, oh la la la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh es riecht nach Sommer, nach Süden, Auf Klippen weinen Riesensalz und Sand und Delphinen Das Leben ist heiter, heute muss ich nie mehr weiter Der Tag ist mir, ist mir, der Tag ist mir Der Tag ist mir, der Tag ist mir Der Tag ist mir, der Tag ist mir Ja, bravo, jetzt kommen wir mal zu dem, was zuerst war Die Therapietätigkeit oder die Musik?